Was für ein Glück, dass wir das bald hinter uns haben, ey. Die ganze Scheiße hier, so. Das wegklatschen hier. Und das noch weg. Ey, man, das wird so langweilig, das Video. Klatsch, 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 klatsch. Ja, ähm, Leute. Ihr müsst mir schreiben. Ihr müsst mir mehr schreiben. Viel mehr. Was wollt ihr sehen? Was soll ich für euch bauen? Oder über was soll ich... Fackel? Ähm, labern. Oder über was soll ich erzählen? Sonst wird es langweilig bleiben. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Und hier haben wir wieder einen Fehler gemacht. Nö, nö, nö. Das dürfen wir nicht machen. Ähm, ja. Ja, ich habe für jeden Blog, den ich gerade abgeschlagen habe, ein Wort gesagt. Ja. Nochmal in zusammenhängenden Text. Was soll ich euch erzählen? Über was soll ich mit euch labern? Was soll ich euch bauen? Vorschläge? Ich habe mir... ...konstruktive Kritik immer erwünscht, ne? Und... ...ja, dann... ...ja, vielleicht... ...ja, vielleicht... ...fange ich dann auch an, auf eure Vorschläge einzugehen. Wie so eine Blume eingehen. Aber ich gehe bald ein, wenn ich hier kein Eisen finde. Und früher oder später muss ich eine Zwischenablage machen. Wo ich da mein ganzes Steinscheiß hinflacken kann. Das ist echt nicht mehr nett. Ja, ja. Das ist echt nicht mehr nett. Bäm. Und wir haben wieder nur eine Scheiß... ...Spitzhacke. Spitzhacke. So. Ich glaube, das ist ein Punkt, an dem man... ...ein Lager machen kann. Und ich meine, da ewig lang hochlaufen. Hier mache ich eine... ...eine so eine Plattform, wo ich lagern kann. Was das Zeug hält. So und so und so. Jetzt hier rein. So. Und jetzt hier so und so. Hier wieder zurück. Und so. Ach, kacke. Jetzt ist das nicht ganz so aufgegangen, wie ich das wollte. So, nochmal zwei tiefer. Jawohl. Und langsam funktioniert es. Ja. Ich meine, das hier wird eh weggemacht. Und das hier wird auch weggemacht. Das war jetzt ein bisschen verwirrend. Und das mache ich hier so. Und dahinter kann man dann... ...nochmal um eins vergrößern. So. Und hier kann man dann Sachen lagern. Beziehungsweise... ...nochmal eins... ...und nochmal um zwei. ...drei. So. Das gefällt mir schon viel eher. Hier nochmal einen hin. Hier nochmal einen hin. So. Dann kann man hier... ...eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Jawohl. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So habe ich es mir vorgestellt. Natürlich, natürlich. Alles geplant. Hier. Jetzt erstmal hier eins, zwei, eins, zwei. 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 So. Zwei Kisten haben wir. No. No, no. Da kann man eins, zwei. So. Und da kann man dann das Ganze... ...den ganzen Schmodder, den wir nicht brauchen, dann kann man da reinklatschen. Und, ähm, beziehungsweise... Eins, zwei, drei... Ja, komm schon. Vier, fünf, sechs... Ah, okay, fünf. Okay, mal sehen, wie viel brauchen wir hier. Jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Noch genau sechs. Eins, zwei, drei... Äh, eins, zwei, drei, vier... ...fünf, sechs. Wow, das reicht sogar. Wow. Ist gut, ist gut. Da verarbeite ich dat gleich mal zu so... ...treppen, ne? Hier eins, zwei, drei... ...vier und fünf und sechs. So, das gibt wieder mordsmäßig viele Treppen, die brauchen wir aber auch, um uns diesen ganzen Weg hinauf zu polsterieren. Heißt das polsterieren? Oder zu bepolstern? Oder wie nennt man das dann? Ja, also... ...fangen wir direkt mal an, den zu bepolstern, den Weg. Und hier haben wir einen Fehler. Fail. So. Dann machen wir das mal direkt so. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Jawohl. Und weiter geht's. Und das wird jetzt so ewig lang weitergehen. Ah, fuck it out. Ah, kacke. Scheiße. Also es geht nicht ganz auf mit der Schnelligkeit, die ich warte. Hier eins, hier eins, hier eins, hier eins, hier eins, hier eins, hier eins. Hier eins, hier eins, hier eins, hier eins, hier eins, hier eins. Fail. Fail. Wie kommt der zustande? Da tapst oben schon irgendetwas rum. Ich hab's grad eben gehört. Es tapst tatsächlich da oben etwas rum. Und ich glaub sogar, es sind Chicken. Chicken! Chicken! Wirklich Chicken! Ja, Chicken sind es. Chicken. Chicken. Ähm. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ja. Dann hatte ich nochmal... Da ist Kohle. Da ist Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Da ist noch mehr Kohle. Schön. Dann fangen wir hier an, direkt abzubauen. Kohle, 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 Kohle Wundert mich echt. Aber da will ich jetzt das gar nicht mal weitermachen. Jetzt will ich erstmal hier meine geile Treppe weiterbauen. Bam. Da stört wieder was. No, no, no. Hör auf zu stören hier. Und du auch. So. Ah, fuck it out. Nein, das solltest du doch nicht tun. So. So und so. So, so. So, so. Ja, mal sehen. Vielleicht mache ich da irgendwann mal in die Mitte Schienen. Irgendwann mal so Schienen rein. Und dann kann man runterfahren. Da muss man nicht mehr laufen. So kann man fahren da hinab. So. Aber vorerst mal. Hä? Was ist denn los? Ah, fuck it out. Wieso baut er so schnell, ey? No, no, no. So. 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 So.